Willkommen zu einem neuen Video. Über 2000 Menschen und MenschInnen haben abgestimmt für die Teams, die sie am liebsten mal in ihrer Traum-Bundesliga hätten. Und heute stelle ich euch die Top 18 vor. Welche Teams würden in der Bundesliga spielen, wenn es nach der Beliebtheit und nach den Wünschen meiner Community geht? Fangen wir mit Platz 18 an und gehen dann langsam weiter nach oben. Auf Platz 18 ist ganz knapp Bayer Leverkusen mit 49 Stimmen. Dann auf Platz 17 ein Verein, der in der dritten Liga spielt. TSV 1860 München mit 57 Stimmen. Auf Platz 16 ist Hertha BSC Berlin mit 57 Stimmen, genauso viele wie 1860. 59 Stimmen ist auf Platz 15 Hansa Rostock. Jetzt auf Platz 14, auch mit 59 Stimmen, ist VfB Stuttgart. Die haben wir ein Glück noch in der Bundesliga. Genauso wie auf den 13. Platz der 1. FC Köln mit 61 Stimmen. Dann der baldige Zweitligist, der wie ein Kreisligist spielt. Auf Platz 12 Schalke 04 mit 61 Stimmen. Genauso viele wie 1. FC Köln. Auf dem 11. Platz ist wieder ein Verein aus dem Osten, Dynamo Dresden mit 62 Stimmen. Jetzt kommen wir in den Top 10. Auf dem 10. Platz ist der 1. FC Kaiserslautern. Der zweimalige Bundesligasieger. Einmal gewann man sogar die Meisterschaft, obwohl man letzte Saison gar nicht in der 1. Liga gespielt hat. Und dann als Aufsteiger die Meisterschaft überraschend gewann. Die leider aktuell in der 3. Liga um den Klassenerhalt kämpfen. Aber in der Bundesliga möchte sie gerne jeder sehen. Sie sind mit 67 Stimmen auf Platz 10. Auf Platz 9 ist einer der sympathischsten Vereine in der Bundesliga. Deswegen haben sie bestimmt so viele Stimmen bekommen. 68 Stimmen hat der SC Freiburg bekommen. Jetzt auf Platz 8 ist Frankfurt mit 71 Stimmen. Auf Platz 7 ist SV Werder Bremen mit 73 Stimmen. Auf Platz 6, ja, obwohl die wenige mögen, FC Bayern München mit 74 Stimmen. Wir sind ehrlich, ja, es nervt, dass Bayern München immer wieder Meister wird. Aber der FC Bayern München gehört halt zum Fußball dazu. Also zum deutschen Bundesliga-Fußball dazu. Auf Platz 5 ist ein Verein, den sehr viele vermissen. Der ehemalige Bundesliga-Dino auf Platz 5 HSV mit 75 Punkten. Knapp haben sie den 4. Platz erreicht. Leider nur 5. 4. Platz ist Union Berlin mit 75 Stimmen. Union Berlin, ein Verein, der gerade 2 Jahre in der Bundesliga gespielt hat. Respekt. Aber es gibt sogar einen Verein, der noch nie in der Bundesliga gespielt hat. Ist, glaube ich, der einzige auf der Liste, der noch nie in der Bundesliga gespielt hat. Und der ist auf Platz 3. Der Hallesche FC mit 83 Punkten. Das hat mich wirklich überrascht. Das wirklich tatsächlich, vielleicht klingt in meiner Karriere, da habe ich Halle gesteuert. Aber, dass Halle so viele Stimmen bekommen hat, hat mich schon überrascht. Auf Platz 2 ist Borussia Dortmund mit 84 Stürmen. Und bevor wir auf Platz 1 kommen, müssen wir es noch auf die 8 Minuten strecken. Deswegen schreibt mal in den Kommentaren, was glaubt ihr, wer ist auf Platz 1? Es gibt nur einen Verein, der fehlt. Das ist der beliebte RB Leipzig mit 100 Stimmen. Nein, Spaß. Auf Platz 1 ist Gladbach mit 85 Stimmen. Knapp, knapp, knapp. Wurde es am Ende. Aber Gladbach ist hier einer der beliebtesten Vereine, wenn man nicht den Lieblingsverein dazu zählt. So, jetzt interessiert euch bestimmt, welche Vereine haben es so knapp nicht reingeschafft. Das sage ich euch jetzt. Knapp nicht reingeschafft haben es mit 46 Punkten Arminia Bielefeld. Dann der FC Augsburg mit 41. Dann der VfL Wolfsburg mit 39 Stimmen. Der 1. FC Nürnberg mit 36 Stimmen. Und Lokomotive Leipzig mit 35 Stimmen. Und der Verein mit den wenigsten Stimmen in der Bundesliga ist RB Leipzig nur mit 17 Stimmen. So, stimmt ihr mir meine Liga zu? Welchen Verein würden die austauschen? Klar, ich bin Wolfsburg-Fan. Würde Wolfsburg mit irgendeinem anderen Verein vielleicht austauschen? Aber ich kann verstehen, der lieber andere Vereine in der Bundesliga haben möchte. Vielleicht auch euer Dorfklub. Ich habe nur die meisten Teams aus 1. bis 3. habe ich alle in der Abstimmung mit reingenommen. Und ein paar Regionalligisten und ein paar Teams weiter drunter. So, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.